Heute wird das Video mal ohne Musik laufen, weil ich habe mir ein neues Hinterrad eingebaut und hört mal, wie die Narbe klingt. Oh scheiße. In einem Laub hörst du das gar nicht. Zwischendurch werdet ihr das mit Sicherheit mal hören. Das ist eine DT Swiss Felge, die H 1900. H steht für Hybrid. Ist speziell für E-Bikes ausgelegt wegen dem Gewicht. So, jetzt müsste man das Geräusch von der Nage hören. Ist einfach schön. Oh, kleiner Double hingekommen. Hier wird fleißig weitergebaut. Sehr schön. Oh, die Bonne ist weg. Mit ihr an der anderen Seite. Komm her! Bist du lieber der Nage hören auf? Bellinoe war jetzt nicht so. Das war's für heute. kaputt und hier ist alles voller bäume schon wieder eine neue abfahrt sind die nicht herrlich sind das nicht schicke wurzeln so Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 und sauber. Das muss besser werden. Der war auch nicht schön. Ich fahre jetzt am nächsten Mal nochmal. Da habe ich jetzt keine Wüsten mehr zu. Das sind kleine Leute. Das wird auch immer kleiner hier. Oh, wieder ein neuer. Die Strecke haben so schön aufgearbeitet. Die Strecke haben so schön. 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 Auch der müsste besser gehen. Nur was für kleine Leute, echte. Ja, ohne Plätze geht's nicht. Ja, ohne Plätze geht's nicht. Ja, ohne Plätze geht's. Ja, ohne Plätze geht's nicht. Ja, ohne Plätze geht's nicht. Ja, ohne Plätze geht's nicht. Danke. Ja, ohne Plätze. Ja, ohne Plätze geht's. Ja, ohne Plätze geht's. So, ihr Lieben, das war's. Ende Gelände. Ich hoffe, euch hat mein Video heute gefallen. Lasst einen Daumen oben oder abonniert meinen Kanal. Aktiviert die Glocke und ihr werdet kein Video mehr von mir verpassen. In diesem Sinne, euer Hartelziglein. Euer Hartelziglein. Euer Hartelziglein. Euer Hartelziglein. Euer Hartelziglein. Ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Euer Hartelziglein. Ja, ohne Plätze geht's.